Sommerpause Merkel urlaubt in Südtirol. Kanzlerin Merkel ist in ihrem Urlaubsort in Südtirol angekommen. Wie jedes Jahr will sie dort wandern, aber die Politik begleitet sie auch in den Wingau. Angela Merkel ist italienischen Medien zufolge zu ihrem Urlaub in den Südtiroler Bergen eingetroffen. Sie erhole sich seit Freitag in Sulden im Wingau mit ihrem Mann Joachim Sauer, berichtete die Nachrichtenagentur Ansar, so wie in den vergangenen Jahren auch. Das Paar wandert gerne. Regelmäßig schießen Paparazzi Fotos von Merkel und ihrem 68-jährigen Mann in mir doch egal Klamotten. Das Urlaubsdomizil des Paares ist ein 1900 Meter hoch gelegenes Vier-Sterne-Hotel. Aber auch von dort aus führt sie die Amtsgeschäfte weiter, wenn auch in reduzierter Form. Kanzler sein im Grund immer im Dienst, sagte sie selbst einmal der Hunden. In der Vergangenheit hat sich Merkel in Südtirol regelmäßig mit dem Extrembergsteiger Reinhold Messner getroffen. Merkel und Messner sind befreundet. Auf dem Weg gehen Süden stoppte Merkel mit ihrem Mann bei den Bayreuther Festspielen, die am Dienstagabend mit einer Neuinszenierung von Richard Wagners Oper die Meistersinger von Nürnbergs eröffnet wurden. Unter den Ehrengästen waren neben der Kanzlerin der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer und der schwedische Königspaar Karl Gustav und Silvia von Schweden. Die 63-jährige Kanzlerin ist nicht die einzige Politikerin, die derzeit in Südtirol ausspannt. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier halte sich dort auf, er sei Stammgast am Ritten in den Dolomiten, berichtete Ansar. Untertitelung des ZDF, 2020